Von oben nach unten an der rechten Seite. Also an der rechten, das ist die hier. Vorbeiführen, Faden nach links unter den Haken schieben. Nach links, ja, drunter, so. Ne, unter den Haken drunter. Der muss auf der rechten Seite, unter den Haken drunter. Faden nach links, unter den Haken, Faden wieder nach oben ziehen. Die Haken drunter. Was hast du? Geh. Geh dich jetzt. Jetzt schreiß ich dich mal runter.